Ich stehe jetzt hier am Schliersee und im Hintergrund sind unsere Berge, das ist das Mangfallgebirge mit Breherspitz, Bodenschneid, Euperspitz, Jägerkamp und Rotwand. Und als kleine Kinder sind wir ganz oft mit dem Franz Schmid in die Berge gegangen. Und zwar war das so, dass der Franz Schmid war ein sehr guter Freund von meinem Vater und das hat dann immer so ausgeschaut, dass der Onkel Franz ist vorausgegangen. Und dann sind wir Kinder, so zwei, drei, vier, fünf Stück hintereinander am Seil angehängt gewesen. Und den Abschluss hat dann immer noch mein Vater gemacht und der hat einen Hund dabei gehabt. Und das sind für mich ganz schöne Kindheitserinnerungen in unsere Berge.